Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Video, der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Otto. Heute schauen wir uns bei Otto Partner Connect die Einstellungen an, denn insbesondere die Versandeinstellungen müssen hier eingestellt werden und einige Dinge beachtet werden. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Ja Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal hier im Otto Partner Connect die Einstellungsmöglichkeiten, insbesondere die Versandeinstellungen anschauen. Und falls du neu auf dieses Video gestoßen bist und allgemein auf diesen Kanal und dich interessieren verschiedene Themen rund ums Verkaufen auf Marktplätzen, E-Commerce und vieles weitere, um erfolgreich Fuß zu fassen im Online-Handel, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video. Und wenn du mich unterstützen kannst und möchtest, dass dieses Video so viele wie möglich erreicht, dann drück den Daumen jetzt schon mal hoch. Das wird vielen, vielen weiterhelfen. Ja, allgemein alles zu diesem Video und zu dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Otto findest du unten in der Videobeschreibung. Dementsprechend kannst du dich da soweit auch informieren. So, wenn du den letzten Schritt getätigt hast und dich bei Otto Marktplatz registriert hast, dann wirst du dieses Fenster vorfinden, wenn dir Otto den Zugang zum Otto Partner Connect zugeschickt hat. Und du siehst es hier, es sind noch einige Dinge zu erledigen, weil eine eingeschränkte Verkaufsfähigkeit hier besteht. Und das schauen wir uns heute an. Wir werden gleich die Versandeinstellungen und alle weiteren Einstellungen kontrollieren und einstellen. Dementsprechend switche ich mal auf mein Otto Partner Connect und zeige dir, wie das Ganze hier in meinem Fall aussieht. Du kannst natürlich hier über Informationen angeben, anklicken. Und wenn du aber verschiedene Sachen noch ergänzen möchtest, kannst du das hier oben übers Zahnrad machen. Und da klicke ich einmal drauf und dann schauen wir uns die Einstellungen an. Wir haben hier verschiedene Einstellungen, die wir tätigen können. Und weil es insbesondere um Versandeinstellungen geht, klicke ich mal hier auf Versand und Retouren. So, bei den Versandeinstellungen und Retouren haben wir folgende Möglichkeiten. Als erstes wählen wir die Versandinformation und zwar um welche Warenart es geht. Haben wir hier Paketware, Speditionsware oder Paket und Speditionsware. Das musst du natürlich für dich entscheiden. In den meisten Fällen wird es hier um Paketware handeln, genauso wie in meinem Fall. Deshalb werden wir das auch hier bearbeiten. Des Weiteren haben wir hier Versandinformationen, die wir angeben. Den Euro als Standardwährung haben wir hier natürlich festgelegt, können wir auch nicht ändern. Und dann haben wir die Versandkosten, die wir wählen können. Ich habe es schon in vielen weiteren Videos erwähnt, dass nie Versandkosten so attraktiv aussehen für den Kunden. Und dementsprechend lasst das am besten auf Null, bietet dem Kunden Gratisversand an und kalkuliert die Versandkosten mit in dem Verkaufspreis. Das kommt immer besser an. Dementsprechend habe ich das hier bei mir auf Null gesetzt. So, des Weiteren haben wir die Möglichkeit, hier den Versand- oder Standardversanddienstleister zu wählen. In meinem Fall ist es DHL, jedoch können wir hier noch DHL Express, DPD, GLS, Hermes und UPS wählen. Zumal aber UPS und DPD nur für den Hinweg als Versanddienstleister gewählt werden kann, für den Rücksendeweg kommen die leider nicht in Frage. Aber bei Otto ist es nach den AGBs so, dass ihr dem Kunden auch ein Retourenlabel direkt zur Verfügung stellen müsst, für den Rückversand, falls der Kunde den Kauf wieder rufen möchte. Und da kommen wir natürlich schon zum nächsten Schritt, wo wir dann die Retoureninformationen festlegen. Und wie ihr seht, bei den Retoureninformationen müsst ihr alle roten Felder ausfüllen. Die sind als Pflichtfelder hier gekennzeichnet. Dementsprechend müsst ihr hier alles vervollständigen. Als Empfänger seid ihr natürlich gemeint, wenn ihr die Reservatore empfangt. Und die Adresse muss natürlich die Adresse sein, die ihr auch bei dem Versanddienstleister festgelegt habt. Ihr könnt zwischen Geschäftsadresse und Lageradresse unterscheiden. Das müsst ihr natürlich mit eurem Versanddienstleister kommunizieren. Aber in dem Fall ist es die Retourenadresse, die ihr dann auch in Verbindung mit den weiteren Kennungen und IDs festlegen müsst. Da müsst ihr auf jeden Fall mit eurem Versanddienstleister sprechen, ob das so alles korrekt ist, wie ihr das von euch hier angegeben habt. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo wir verschiedene Kennungen und Codes eingeben müssen und Nummern, die ihr dann dementsprechend bei eurem Versanddienstleister erfragen müsst. Ihr habt hier natürlich eine Hilfe von Otto gestellt bekommen, wo ihr dann seht, zum Beispiel für DHL in meinem Fall, haben wir hier die Nummern, die wir hier wählen. Jedoch hatte ich da selber sogar Probleme. Auch wenn ich diese Nummer gewählt habe, die bei mir hier drin ist, müsst ihr dennoch das mal bei eurem Versanddienstleister erfragen. Er wird euch die konkreten Nummern zuschicken, weil er diese in eurem Profil und eurem Konto sehen kann. So, und dann auch natürlich die Kundenkennung genauso und auch die Abrechnungsnummer, die ihr auch hier seht auf eurem Label. Falls ihr einen anderen Versanddienstleister nutzt, dann habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit noch zwischen GLS und Hermes zu wählen für den Rückweg. Da habt ihr dementsprechend dann auch weitere Einstellungsmöglichkeiten und weitere Hilfen, die euch Otto hier an die Hand gibt. Okay, das war jetzt die wichtige Einstellung Versand und Retouren. Schauen wir uns weitere Einstellungen an, die wir hier bei Otto treffen können. Und da gehen wir mal auf Otto Payments Anbindung und klicken drauf. So, wenn ihr bei der Anmeldung alles korrekt angegeben habt, dann wird das in der Regel schon aktiv sein. Das erkennt ihr hier an diesem grünen Aktiv-Button. Und das ist im Grunde genommen alles, was hier zu sehen ist. Es gibt keine Einstellungsmöglichkeiten, da Otto hier die komplette Zahlungsabwicklung für euch regelt und die jeweiligen Zahlungsdienstleister anbietet an die Kunden. Und dementsprechend müsst ihr hier keine eigenen Zahlungsdienstleister festlegen. Wenn das so auf aktiv ist, wie gesagt, dann ist diese Einstellung schon korrekt. Schauen wir uns des Weiteren hier Firmeninformationen an. Bei den Firmeninformationen macht ihr Angaben zu eurer Geschäftsanschrift. Da vervollständigt ihr das Ganze. In den meisten Fällen wird es schon vervollständigt sein, weil Otto es von der Anmeldung her übernimmt. Und dann müsst ihr das natürlich vielleicht eventuell korrigieren, wenn es da irgendwelche Fehler gab. Genauso wie Angaben zum Unternehmen, wie die Rechtsform, die Umsatzsteuer-ID, die Handelsregisternummer und so weiter. Das Ganze müsst ihr, wie gesagt, hier festlegen und abspeichern. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Verkäuferinformationen. So, bei den Verkäuferinformationen habt ihr hier verschiedene Kontaktinformationen, die ihr angeben müsst. Zum Beispiel auch verschiedene E-Mail-Adressen, die ich euch auch empfehle zu wählen. Denn wir haben hier die Möglichkeit für die Kundenkommunikation, für den Rechnungsempfang oder auch für das Impressum eine andere E-Mail-Adresse zu wählen. Das solltet ihr auch machen, denn sonst bekommt ihr alles auf eine E-Mail-Adresse und könnt da nichts mehr unterscheiden. Ich denke, das ist auch Pflicht hier von Otto her, das Ganze hier verschieden festzulegen. Eine Telefonnummer fürs Impressum braucht ihr natürlich auch. Das Impressum generiert Otto für euch und wird dann im Verkäuferprofil bei den jeweiligen Angeboten angezeigt. AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen, aber auch das Widerrufsrecht oder auch die Datenschutzerklärung, das legt Otto selbst fest für den Marktplatz, an die ihr euch dann auch halten müsst. Das ist vertraglich. Wenn ihr den Vertrag gelesen habt, ist das dementsprechend auch so verpflichtet. Ihr könnt keine eigenen AGBs, keine eigenen Widerrufsbelehrungen festlegen, aber auch Datenschutzerklärungen habt ihr hier die Möglichkeit, das freiwillig anzugeben. Und zwar folgt das in dem Folgeschritt und zwar bei den gesetzlichen Vorgaben. Da kommen wir dann auch zu dem Punkt, wo ihr verschiedene wichtige Dinge festlegen müsst, wie zum Beispiel die Altgeräte-Rücknahme. Ihr könnt diese Altgeräte-Rücknahme definitiv akzeptieren. Gesetzlich seid ihr dazu verpflichtet, ab einer Verkaufsfläche oder Versandfläche von 400 Quadratmeter. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich Nein drücken. Ihr könnt das Ganze aber auch freiwillig anbieten. Systembeteiligung ihrer Verpackung, das ist sehr wichtig, denn bei Otto versendet ihr selbst als Verkäufer und dementsprechend fällt hier Verpackungsmüll an. Und das ist sehr wichtig, dass ihr dann dementsprechend hier ja, ich habe einen gültigen Systembeteiligungsvertrag und dann habt ihr dementsprechend eine Lucid-Nummer, Registrierungsnummer. Falls ihr gar nicht wisst, worum es hier geht, ich habe dazu ein Video gemacht und das könnt ihr euch hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung anschauen, wie ihr euch diese Registrierungsnummer bekommen könnt, um hier wie gesagt auch rechtsmäßig verkaufen zu können. Sonst drohen auch Abmahnungen. Des Weiteren haben wir hier auch die WEEE-Registrierungsnummer, dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht, auch oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch das Ganze anschauen. Auch hier müsst ihr eure Nummer angeben, um hier Elektrogeräte und andere elektronische Produkte verkaufen zu können. Und dann haben wir noch eine FCS-Zertifizierungsnummer, wenn euch das betrifft, auch hier könnt ihr diese Nummer mit angeben. Dann haben wir noch weitere Angaben zu ihrem Auftritt bei Otto. Hier steht übrigens der Verkaufsname, den ihr euch festlegen könnt, den ihr auch bei der Registrierung schon festlegen konntet. Aber auch hier könnt ihr diesen noch weiterhin ändern. Wichtig ist, dass es keine Domänen sind, die auf irgendeine Website oder Online-Shop verleiten. Es muss ein Name sein, euer Geschäftsname, eure Firmenadresse oder wie auch immer einen ausgedachten Namen, der irgendwie mit eurem Produkt zu tun hat. Hier, wie schon angesprochen, habt ihr die Möglichkeit, noch einen Zusatz zur Otto-Datenschutzerklärung hinzuzufügen, was jedoch optional ist. Und dann habt ihr hier nochmal die Vertragsdokumente, wo ihr sehen könnt, wie lange ihr schon auf dem Marktplatz seid, wo ihr eure Otto-ID habt, euren Firmennamen, das Ganze nochmal zusammengefasst. Einen Punkt gibt es noch, der vielleicht für euch auch eine Rolle spielt und zwar die Nutzerverwaltung. Bei der Nutzerverwaltung habt ihr die Möglichkeit, mehrere Mitarbeiter, falls euer Unternehmen mehrere Mitarbeiter hat, festzulegen, die gleichzeitig dann Zugang zum Otto-Partner-Connect bekommen. Ihr könnt die Rechte verteilen, welche Rechte welcher Mitarbeiter hat und diese seht ihr dann dementsprechend hier und könnt dann weitere Nutzer hinzufügen. Und dann werden diese einen eigenen Zugang bekommen, um hier mit euch gemeinsam im Otto-Partner-Connect mitarbeiten zu können. In dem Folgevideo schauen wir uns an, wie wir ein Produkt inserieren können, erstellen können, uns an ein Listing anheften können. Das siehst du in dem Folgevideo. Schau dir das gerne an, um hier auch eine Testbestellung durchführen zu können, um dann auf dem Marktplatz Otto richtig durchstarten zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Spaß dabei!